hallo herzlich willkommen hier bei mir cat heute ist zu gast schon war da heute haben wir eine neue kreiselecke im spiel die das ist der machio genau also 4600 an mit dem testen wir jetzt mal genau ich weiß jetzt nicht genau wer es gemacht hat finde ich glaube nicht mit boss modding hat es glaube ich mal geteilt könnte sein vom big boss modding ist ist man noch mal gucken ja kriegst du klick war ja auf mode host ja den link mache ich dazu mal hinten steht es doch muss ja habe ich gesehen marschie ich helfe mir ein bisschen also halte ich jetzt die schnauze und dann fahr mal los mit dem schönen fendi ich habe nichts besser gekriegt als hier also das ist jetzt mein lieblings traktor geworden von new hollandow fendt umgestiegen geht der blick ja blöder fußgänger ich freue mich auf der falschen seite oder nein fällt zehn hast du gesagt ja das hast du gesagt müssen das das ist da oben irgendwie sind wir falsch gefahren nein ja man muss da hochfahren da ne das ist links unten hochfahren das geht ja runter da das ist weil man die belgische web nicht kennt ne da ich bin hier da es fehlt zehn sechs shops gefunden ja ich spiele jetzt zum ersten mal die die spiele ist zum ersten mal natürlich das ist aber schon gelobt ja hier mal gps anmachen und so und geht es langsam da mal gucken was der für eine arbeitsbreite hat drin das steht und man schauen arbeitsbreite von 4,6 dann stellen wir das einwand ich habe 4,5 so ich fahre hier wie fahrst du fahrst du du fahrst du kreuz quer ne ich habe dings an naja hier ist es ein bisschen blöd hier zu ecken ne aber ich habe gps-moder und ich kann überall fahren ist ein bisschen ein falsches feld hier ne da ist schon herrnisch gekrutscht ja würde ich auch sagen aber schön wäre hier multiplayer wenn sich die die ecke unten auch bewegen würde bewegt sich aber nicht das ist ein bisschen schade vielleicht geht es ja nur im single player und so bei mir bewegt sich das bei dir bewegt sich das ja ja kruzifix aber sonst ist es schön ja bei mir bewegt sich alles ja nix mais also dick fällt mir nein guck mal von vorne ich kann mal bei dir gucken fair noch ah ja bei dir bewegt sich bei mir nicht das ist ja schade hier aber schön schön gemacht hier ne textur kräftig und alles hier die details schon sehr geil gemacht also mir gefällt der mod hier steig mal aus und guck mal schnell hier warte ich steig mal ein und guck mal ob es bei mir bei mir läuft es jetzt hier auch oder du bist ja beim fan drin ne wahrscheinlich liegt es am gps ne habe ich ausgemacht hm man sieht es dreht sich vielleicht beim hohen bei dir schon ne bei mir nicht ja aber schon sehr schön gemacht hier ne hier hoch schwer ist er auch oder so das geht auch richtig von der schwere her ja ja wenn wir gucken im shop drin ist auch mal rein shop bei dem moots bei goba auch der 110 ps ist er schon drin da jetzt ist er drin da da 110 ps das ist da kann man gleich italienisch das hat sich ja noch auch picker moddinger sie sind ja genau das ist ja so viel mutter ja bei auch modding muss man kennen aber schon sehr schön gemacht das schon ja also mir gefällt die geht jetzt zu meine standart rein du hast die ecke die nehme ich jetzt zu meinen inhalt die gehört jetzt zum hof ich weiß gar nicht was die was kostet die jetzt bewegt sich bei mir das ist doch jetzt so teuer ist die auch nicht also kann man sich dann leisten wenn man den 27.000 also ist locker 14 fahren ist eigentlich ok die von bei von der von der von akku modding da konntest du glaube ich nur 7 fahren aber hier mit 14 kommst du schon irgendwo hin das ist wieder auch sehe ich gerade hier aber schon sehr 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 geil so das sieht doch schon real aus Big Boss modding hat das glaube ich gelacht äh äh nicht gestern abend äh Yard Call ja ich fahr schön in der Spur du nicht ich bin mehr ja du machst mehr so kreuz und quer ne das hat doch noch GPS hat nein du kannst mich halt in die Queere nein man kommt doch nicht schräg ja ich kommt jetzt halt so ja wir haben ja kein Feld da haben wir doch ein Feld das machen wir jetzt so ja 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 was bringt das wenn du vom fertigen Feld ja 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 das Zeug muss weg hier ne sie besitzen dieses Feld nicht oh warte ich lauf schnell hin welches Feld ist denn hier elf elf los 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 doch mal ein bisschen langsam u f tot über ich bin da im 11 11 11 die rüssen die 11 hier muss man hier kaufen koschen vor ah ja genau jetzt sieht man es das kann man es besser sehen wie das schön das macht ja das ist getreideverschwendung wir machen sachen die man nicht machen darf wir sind so böse ja genau aber das ist aber der gruppe richtig schön aber lust auch stehen ja ja gerne auf der linken wenn man von hinten auf der linken seite aber das ist halt schwierig einzustellen habe ich mit meinem werk auch probleme gehabt also ich glaube das liegt eher anscheinend dass die dicks die getreide nicht schön gerade sind manchmal macht es manchmal nicht ja ich sehe es aber so ist schon cool ist ganz schön ja sehr sehr schön also kann man sich kann man empfehlen sowas ja und er fährt auch schnell er bewegt sich unten ist gut ja geil schmutzig war er wieder richtig geil schmutzig na gell ja 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 und er hat mit dem kann man auch fahren ja ja das finde ich schon ja wie gesagt er bleibt bei mir jetzt im stand hat denn ja ich glaube ich gar nicht so groß 13 megabyte glaube ich hatte das ist okay das ist wirklich gut und der link mache ich ja rein wo man denn da und lade kann ja und lade ja und er lade und er lade nun 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 er lade aber er macht das schon auch mit dem jetzt macht er auch wenn er jetzt am anfang nicht schön weggeguckt hat macht er jetzt wenigstens alles weg ist ja aber die testen ja wenigstens die muss bevor sie hochladen das ist so und nicht so wie die anderen ja die wollen einfach das zeug hochladen ja das hat genau mit dem maps naja halbfertige maps so ich würde sagen eigentlich hätten wir es gezeigt ne genau ich mache jetzt da noch die spur und dann das habe ich ausgemacht na jetzt nimmt er alles mit das war jetzt nur da oben ja schon cool so aber zu klappen hat er extrem lange also zum den kann man ja ausprobieren jetzt ja ich habe doch den ausgemacht warum zwiebelt denn der noch hier so na gut das ist ein normaler group ja ne die ecke soll sich nicht mehr drehen die zapfwelle bewegt sich nicht ne das ist bei dir dreht sich das ja aber jetzt sollte er eigentlich wieder aufhören ja das war der marschio maschio maschio ach meiner ist schmutziger als deiner ja so gut also viel spaß beim ecken ne ist eine kreisel ecke ist ja kein grober sondern ecke kreisel ecke weil sie uns hier auf der seite bewegt ne habe ich früher auch gemacht wo ich beim bauer durfte ich auch kreisel ecke ja genau dann würde ich sagen viel spaß mit dem mod und ich hoffe es hat euch spaß gemacht hier mit dem video ja tschüss tschüss Untertitelung des ZDF, 2020